Der Martin! Der Freitagabend war, wie ich schon in Eurotruck blubbert hab. Jetzt kann ich auch wieder ein bisschen mehr labern. So, ich brauch natürlich neue Fackeln hier für die Höhle. Ich hatte gerade einen riesen Schock, weil er 147 stand und ich dachte, die Version, auf der die letzte Mal gespielt hätte, wäre 1.5. Dem scheint aber nicht so zu sein und ja. Deswegen funktioniert jetzt nur alles. Das heißt, ich muss die Shaders nicht neu installieren. Was ich eigentlich ganz nett finde, auch wenn das jetzt nicht so die Herausforderung gewesen wäre. So. Die sind ja jetzt nicht schwer zu installieren, die Shaders. Ist ja eigentlich nur reinziehen und fertig. So. Gut, ich nehme mir hier das ganze Eisen mit dabei. Wie gesagt, der Zeitpunkt, an dem ich das Eisen ablehne, ist noch nicht gekommen. Das ist so wichtig derzeit noch für mich. Deswegen möchte ich da dann doch nur ungern darauf verzichten. Aber auf Diamanten kann ich verzichten. Die brauche ich ja eigentlich gar nicht. Und deswegen denke ich, werde ich einfach mal jetzt nur noch Eisen mitnehmen. Diamanten brauche ich also gar nicht mehr. Nehme ich jetzt auch nicht mehr mit, habe ich mir jetzt gedacht. Weil ich meine, die findet man eh nicht. Und wenn man sie dann findet, ist es ja nur eine. Also, boah. Dazu brauche ich die dann noch. Habe ich mir jetzt so gedacht. Deswegen. Nö, brauche ich einfach nicht. So, ähm, ja. Ab heute gibt es dann wieder Sunmails, die sich pro Part ändern. Und dann, ähm, einfach nur, weil ich Bock drauf habe. So, dann, äh, ne. Man muss ja sowieso eine Highlight-Szene raussuchen. Ist es dann jemand? So. Boah, halt. Halt. Einen kann man vielleicht noch. Ja. Einer ging noch. Nice. Gut. Halt. Ich möchte gerne die Erdblöcke haben, weil, dann kann ich mich hiermit wieder abschotten. Hm. Und zwar, so. Boah, nice. Ich denke aber nur, dass es Lapislazuli. Ja, ist es. Scheiße, Lapislazuli, ey. Lapislazuli, ey. Was ist das denn hier? Sind das Diamanten? Ich bin ja, brauche ich die eigentlich gar nicht, habe ich ja gerade gesagt. Ich baue sie aber trotzdem mal ab. Vielleicht kann man mit denen dann gut handeln. Diamanten! Cool. Drei weitere Diamanten gefunden. Nice. Freut mich richtig. Boah, wisst ihr was? Ich brauche erstmal hier kurz... Ein wenig, äh... Ja, ich nenne es mal... Unterstützung. Oder besser gesagt, ein Eimer. Ohne das geht das hier gerade gar nicht. So. Holz habe ich ja Gott sei Dank noch dabei. Nee. Dann muss ich da Eisenerz einschmelzen drin. So. Koordinaten hiervon sind... Äh... Ja. So. Nice. Dann kann ich jetzt mal versuchen, zurückzufinden. Die Koordinaten hiervon habe ich ja. Deswegen... Sollte ich dann hier auch wieder zurückfinden. Ich habe mir jetzt extra den Screenshot gemacht, weil ich dann die Koordinaten rumsehe. Müsste da wieder hochkommen irgendwie. So wie ist die Frage. Boah. So, wieder Licht. So. Und die Steine kommen wieder her, bitte. So, da bin ich jetzt. Okay. Unglaublich. Das ist immer noch nicht weg. Ich renne jetzt, äh... Nämlich erstmal ein Stück zurück. Oh. Irgendjemand hat mir jetzt eine Mail geschrieben. Oder irgendjemand hat mich abonniert. Äh. Wer abonniert mich denn um die Uhrzeit? Ich meine, wir haben 16.45 Uhr. Ich habe noch keine neuen Videos freigeschaltet. Darauf nenne ich doch keinen. Kann nur sein, dass ich innerhalb von einem Tag inaktiv werde. Habe ich alles schon gesehen. Boah. Hä? Wo geht's denn hier lang? Boah. Ähm, wartet. Hier muss ich rein. Ich depp. Boah. Keine Ahnung, wo ich jetzt lang muss. Hier rein sieht gut aus. Ja, wunderbar. Ich habe doch noch den Weg gefunden. Ich weiß, das ist relativ Unsinn. Ich hatte halt Eisen da drüben schmelzt, aber... Ich brauche noch ein neues Holz. Da hätte ich das eigentlich gleich hierhin mitnehmen können. Ich kann mal kurz schauen, wer mir die Nachricht geschrieben hat. Oh, der Dennis. Der Dennis. Der 0,3 Dennis. H0 schieben. So. Bam, bam, bam. Jetzt schnell zurück. Ich kann auch heute nicht gut rennen. So, jetzt habe ich gerade den Faden raus. Und jetzt habe ich ihn wieder verloren. Mann. So, lass mich mal hier hoch. Ähm. Da ist er holz. Da habe ich. Da ist er holz. Und wieder zurück. So, wieder zurück. Ja, ähm. Ich weiß, das dauert jetzt ewig hier die Höhlengänge. Aber irgendwo müssen wir ja mal ein Minensystem finden. Ich meine, das kann ich Ihnen angehen, dass wir nie ein Minensystem finden. Deswegen gebe ich die Suche danach nicht auf. Lauf immer weiter, soweit wie ich meine Minecraft-Beinchen tragen. So. Geht hier wieder hoch. Ah, hier hinten lang. Hallo, lass mich hier hoch. Dankeschön. Und jetzt hier hinten. Genau. So. Hier ist die Lava, genau. Nein, hier muss ich runter. So, hat ja wunderbar geklappt. Bin ich hier auch gleich schön unten. Ich hätte eigentlich die Diamanten. So, also. Das habe ich gar nicht gesehen, das ist wie ich da. Verpiste dich mal. Tschüss. Na. Pfer. So. Jetzt wäre es aber schon für mich echt schlau hier. Ach. So. Wunderbar. Dann kann ich das hier hin tun. Ach, da kann ich nicht öffnen im Wald. So. So. Die ganzen Scheißdinger hier drin. Die ganzen Sachen, die ich nicht brauche. Drei Eisen brauche ich ja noch. Und schon wieder Level 23. Ob ich das jetzt hingesetzt? Ah, hier. Gut. Ist da noch wasser oben drin, oder? Ja, aber das fließt nicht, ist auch gut. Ups, das sagt. Na. So. Gut. Hat perfekt geklappt. Und wo muss ich hier nochmal hoch? Das weiß ich nämlich jetzt nicht mehr auswendig. Äh. Toll. Wunderbar. Na ja, irgendwo hier muss ich dann hoch. Ich glaube hier, oder? Da muss ich jetzt nochmal kurz schauen, damit ich mich hier ordentlich einrichten kann. Ah, ne, hier. Gut, da baue ich dann mal. Hier ist Erde. Gut. Ähm. So. Ah, hier ist noch Eisen. Nett. Was zu essen, bitte. Doch. Gut, dann jetzt hier. Gut. Boah. Ich dachte jetzt, ich knall da oben drauf, das wäre jetzt fatal gewesen, der Fehler. Das wäre wirklich ein fataler Fehler geworden. So. So. Wie noch vier Fackeln, wunderbar. Aber die Musik mag ich auch nicht so gerne. Finde ich eigentlich richtig scheiße. So, da komme ich jetzt noch irgendwie hoch. So. So. Gut. Äh. 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 Oben. Ja, ein abenteuerlicher Aufgang. Wunderbar. Kann man hier noch schön beleuchten. Dann hole ich mir mal hier den Redstone weg. So, und hier geht's dann im... Oh, da ist noch Gold, oder? Ja. Na gut, hier geht's dann im nächsten Part weiter. Ich würde mich über eine Bewertung oder einen Kommentar freuen. Und sage dann mal Tschüss, bis zum nächsten Part.